Commander Shepard, schön Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf vier Gersysteme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Ralloch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind sie sicher, dass sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind sie. Es freut mich, dass sie hier sind. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein. Nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen sie ihnen? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hole ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Rannoch in fünf Minuten. Was sagen die Com-Wagen? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiff-Signaturen in aktiver Kampfhandlung. Habe ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Tarn-System aktiviert. Sie entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Meine Cyber-Krieg-Anlage hat Zugriff auf Ihre Andock-Protokolle. Also gut. Sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tali ist Expertin für Geth-Software und zuständig fürs Hacken und die Sicherheitssysteme. Ihr Fachwissen über die Geth ist eine bekommene Ergänzung, Tali. Edi? Aha. Ein Körper? Er hat sich als nützlich erwiesen. Hoffentlich beunruhigt Sie das nicht. Nur wenn Sie durchdrehen und beschließen, die Menschheit zu unterjochen. Sollte ich diesen Entschluss tatsächlich fällen, sind Sie die Erste, die davon erfährt. Shabbat, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die Freie. Allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dock bärerlich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mux-Mäuschen steht. Augenblick. Gau, nur eine Minute. Kein Wunder, dass die Quarianer Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Es ist 30 Prozent größer als ein Allianz-Schlachtschiff. Tali, Sie werden die Aussicht lieben. Besser als ein Video? Hm, viel besser. Wie läuft, Shepard? Die Schwerelosigkeit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald Sie an Bord sind, gibt es das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ernst war das erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Gev benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche? Die Gäste sitzen jetzt da und sagen sich, nur damit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Der Rest des Teams muss sich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Tali soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Verstanden, Sie können in Bord gehen. Danke, Shepard. Ich werde nächstes Mal versuchen, einen bequemeren Andockröhre zu finden. Nächstes Mal? Hm, mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Da, sie ist offen. Wir können gehen. Sieht beeindruckend aus. Hat Admiral Zen in Wort. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und synthetische Wesen steht. Also, wohin müssen wir? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorslaster. Ach nein. Lüftungsschächte. Immer wieder Lüftungsschächte. In der Kollektorenbasis haben Sie das doch auch gut hinbekommen. Ich wurde in Brand gesteckt. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kassen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Die Jäger rücken an! Ein Jäger am Boden! Das war der letzte. Finden Sie heraus, ob die Konsole einsatzfähig ist. Verwechslung! Verdammt! Sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Da! Das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Und wenn wir dort sind, schalten wir es ab? Ja, aber wie kommen wir hin? Jetzt haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der der Länge nach durch das Schiff führt. Und die Hauptbatterie? Sie sitzt direkt am Antriebskern. Das könnte gehen. Aber? Die Gath halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hohrrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Und das Wärmeverteilungssystem? Moment. Wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet. Hebt das die Verriegelung auf? Ja! Okay. Ich hab's vorbereitet. Aber seien Sie bereit. Ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Türen. Gäste fallen von der Decke! Da könnten auch noch getarnte Jäger sein! Das Hauptgeschützte ist offline. Solange die Wartungsabriegelung aktiv ist, sind wir sicher. Los, weiter! Los! Nichts wie weg von hier! Sehr gutes Timing. Auf die Schilder achten! In Deckung bleiben! Auf die Schilder achten! Das bedeutet, dass wir Gelegenheit haben, sie aus der Gefangenschaft zu befreien. Shepard, warten Sie! Die Gäste werden von dem Reaper-Signal kontrolliert. Stimmt. Von diesem Ding. Das bedeutet, dass Legion zu den Reapern gehört. Vielleicht hat er sich ihnen freiwillig angeschlossen. Oder er wurde gehackt. Legion hat uns früher schon gegen die Reaper geholfen. Er hätte niemals zugestimmt. Ihre Vorsicht ist verständlich. Wir beugen uns nach der Befreiung allen Beschränkungen, die Sie für erforderlich halten. Das ist äußerst vernünftig, Legion. Grüße, Edi. Ungewöhnlich, dass Sie die Freigabe zum Betreiben einer Personeneinheit erhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso, Schöpferin Zora. Und was ist das für ein Ding? Es benutzt unsere Netzwerkarchitektur, um das Befehlssignal der alten Maschinen gleichzeitig an alle Gäste zu senden. Wenn Sie da raus sind, ist das Reaper-Signal also abgeschaltet? Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Das Konzept kenne ich. Die KI-Fässer, mit denen Silberus sie kontrolliert hat? Ja. Bei organischen Wesen ist das verständlich. Aber dass Gäste so etwas bei einer vormals unabhängigen Einheit installieren, ist unnötig. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlosen. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja. Die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Gäste haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Wie haben die Reaper die Kontrolle über die Gäste erlangt? Gar nicht. Die Schöpfer haben angegriffen. Die Gäste wollten leben. Also haben die alten Maschinen ihnen ein Angebot gemacht. Warum sind wir dann zu der Station der Gäste und haben die Heretics vernichtet? Für nichts? Nein. Das Ausscheiden der Heretics hat die Entscheidung, sich mit den alten Maschinen zu verbünden, deutlich erschwert. Hätten die Schöpfer nicht angegriffen, wäre es unnötig gewesen. Wir holen sie in Kürze da raus. Die Gäste sind nur aus Selbsterhaltungstrieb Verbündete der Reaper geworden. Nichts entschuldigt ein Bündnis mit den Reapern. Sie hätten eine andere Lösung finden müssen. Die Gäste werden von sämtlichen organischen Spezies abgelehnt. Außer dem Brot gab es keine andere Lösung für sie. Verdammt, ich habe sie angeflägt zu verhandeln, statt anzugreifen. Wirklich! Bringen wir erstmal Legion hier raus. Habs! Tali, Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Erfmural, Herrn Garrel. Wir erschreiten Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Als Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Alarm! Gäste Verstärkung, Gemeinmarsch! Die Gäste-Flotte wurde destabilisiert. Vorsicht, das ist dein Kommandant! Das Signal ist offline. Zivilflotte, bereit machen zum Rückzug. Die Patrouillen-Flotte wird sie decken, sobald die schwere Flotte in Position ist. Wann immer Sie bereit sind, Admiral Garrel. Die Quarianische Flotte ist jetzt im Vorteil. Er platziert ein Geschütz. Kampfbrone nähert sich. Der Kapitän hat sich in den Brot. Ich will den Brot. Er platziert einen Weg zum Rückzug. Er platziert einen Weg. Der Kapitän hat sich in den Brot. Der Kapitän hat sich in den Brot. Er hat sich in den Brot. Was machen Sie da? Ran, sehen Sie auf Ihre Monitore. Das Schlachtschiff ist helflos. Keine Barrieren und das Hauptgeschütz ist offline. Wir können Ihr Flaggschiff losschalten, wenn wir jetzt angreifen. Verdammt, das ist unsere Gelegenheit für einen sicheren Abzug der Zivilflotte. Was reden Sie da? Wir sind doch noch an Bord. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Schwere Flotte Angers, erledigen Sie das Schlachtschiff. Patrouillenflotte, Position halten. Wenn Sie das tun, wird die schwere Flotte runtergehen. Und wenn wir sterben, wird sie ein simpler Rückzug auf nicht vor der Reaktion der Gath retten. Verdammt sollen Sie sein, Gareth. Verdammt, was machen Sie da? Konzentration auf die Gath. Um die Esmerals kümmern wir uns später. Patrouillenflotte, Plankenunterstützung für die schwere Flotte. Räumen Sie ihr das Schussfeld frei. Alle Schiffe feiern frei. Alle Schiffe feiern frei. Shepard Commander, die Schöpferflotte beschießen dieses Schiff. Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Gass übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backboothangar liegen Gassjäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Schöpferflotte, Feuer einstellen. Ich wiederhole, Feuer einstellen. Sie antworten nicht. Verdammt. Schöpferd Commander, wir haben die Kontrolle über die Andockprotokolle. Wir sind gleich da. Schöpferd Commander, wir können nur von der oberen Ebene aus starten. Schöpferd, die Tür! Beeilung, Leute! Wir schaffen das wohl! Normandier in Schöpferd, registriere Gravitationsverlust, alles okay? Ja. Wir nehmen einen Gassjäger, übermittle Rendezvous-Koordinaten. Ist denn noch ausreichend Platz im Frachtraum, Schöpferd Commander? Uns geht's gut. Los! Achten Sie mit den Flügeln oder so, damit ich weiß, in welchem Sie stecken. Ich meine, wir können nicht zu helfen. Du hast den Tag nicht möchtest. Ich habe mich besonnen. Sie haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen und stattdessen... Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der thurianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die Größe, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Sie haben das Richtige getan. Aber warnen Sie mich das nächste Mal. Danke, Shepard. Ich bin froh, dass es hier noch einen weiteren Soldaten gibt. Ich muss jetzt zurück zur schweren Flotte. Ran, wir reden später. Bosch, Ted. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten. Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Nein. Die Geths verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt! Halt! Beruhigen Sie sich! Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befese zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geths-Konsenses finden. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie Ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle auf... Ich glaube nicht, dass Sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund. Und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen... ...ist vom Tisch. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Ranoch errichtet. Die Geths haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstrecken-Signal sendet, ändert sich das. Kehla! Ich muss die Flotte warnen! Zen, Sie koordinieren sich mit Garel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jäger-Staffeln der Geths kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Die Geths haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen? Wie weit entwickelt Ihr Freund auch sein, Mark. Er ist immer noch ein Geth. Der gerade Ihre Flotte gerettet hat. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Erzählen Sie von der Zivilflotte. Das sind unsere zivilen Schiffe, unter dem Kommando von Admiral Corris, falls er seine Notlandung auf Ra noch überlebt hat. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei Weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottele für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Fahriksen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie von der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Was wissen Sie über Admiral Geralts schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen Quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den Thurianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffe. Tali sagte, Sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Thurianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei Weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottele für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Sie haben sie zu... Glauben Sie den Rat... Falls nötig... Und bis dahin bringen... Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie vor der... Welche Flotte kommandiert Admiral Zenn? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Fürchten Sie nicht, dass Sie das Ziel aus den Augen verliert bei Ihrem Interesse an den Gath. Wenn Sie unser Volk retten kann, soll Sie tun, was Sie will. Sie kann zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben Sie uns bald ein Ziel. Wie sind Sie wieder zu Ihrer Flotte gekommen, Tali? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Gaths als die meisten anderen meines Volkes. Sie hatten den Sitz meines Vaters im Rat noch nicht besetzt und boten ihm mehr an. Das ist aber nur Formsache. Um ein richtiger Admiral zu sein, bin ich viel zu jung. Nicht so bescheiden, Tali. Der Rat brauchte Ihre Kompetenz und Sie brauchten die Autorität, die mit dem Rang verbunden ist. Wie hat der Krieg gegen die Gaths eigentlich angefangen? Admiral Zenn hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Gaths entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Gath-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Gaths. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laderpings. Zenns Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Wie ist es zurück in der Flotte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Wir reden später, Tali. Natürlich. Wir reden später, peach heimat爸爸. Wir reden später, supreme Sprecher. Ich wünsche mir Temvogeln. Bis COratzen.